Hashtags läuft bei uns, Hashtags läuft bei uns. Ich zieh das jetzt durch hier, yeah! Warte mal einen kleinen Tweet raus und noch ein kleines Foto über Snapmatic, dass es gleich los geht, die Action. Normal. Ja, und dann, ey, das war so krass, ey. Dann war ich da auf dem Hügel und dachte so, so what, Alter, Hashtag, ich do das jetzt hier. Und mach dann mal so ein Foto von mir gemacht und hab so gecheckt, so ka-ching, hab ich runtergejumped. Nice, Digga. Echt im letzten Moment vorm Boden, Alter, so richtig vollgepumpt mit Testo, Alter. Ja, den Fallschirm fast überm Boden kurz gezündet, ne, das war richtig krass, ey. Ja, damit bist du richtig weit vorne, Alter. Ja, ich saß hier richtig weit vorne, ey, ganz ehrlich, Digga. No risk, no fun, Digga. Hashtag no risk, no fun, ey. Ganz ehrlich, bin ich umsonst, Alter. Hügel Jackson in der Szene, ey. Und nämlich auch Hügel Jackson, die Rakete. Hey, Baby, was geht? Wie läuft's? Äh, also die Party hier im Kackdus war schon echt ziemlich fat, muss ich ganz ehrlich mal sagen, ne? Ja, aber der Schuppen ist auch nicht mehr das, was er noch war, oder? Du kannst echt mal kurz ein Foto für Instagram machen, warte. Wie spät haben wir's denn? Boah, das war auf jeden Fall noch ein bisschen später, so, oder? Mitternacht gleich. Wir werden mal hier kurz ein bisschen die Promenade längs latschen hier, so. Die Promenade of Love. Ich glaub, wir müssen in die andere Richtung, oder? Kann das sein? Wo sind die Viler jetzt hin? Ja, wir können mal schnell gucken, wo die Viler sind, ey, ganz ehrlich. Die müssen mal mein Bizeps fühlen. Ja, ganz ehrlich. Ich hab mich da längst gegangen. Oh, da hinten läuft eine. Ey, Baby! Weißt du, was der Typ zu mir gesagt hat gestern noch im Club hier, ey? So, zu viele Sch... Vertrau nur deinem Arsch, denn nur der steht hinter dir, Pep. Ja, ist das klar, ey? Ha, 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 ha. Guck mal, der Typ da vorne sieht immer ein bisschen komisch aus, ey, ganz ehrlich. Ja, ist klar, Digga, ganz klar. Guck mal hier, die ganze Gang, Digga, die ganze Gang ist unterwegs. Gang ist am Stizzle. Hey, Baby! Alle durchtrainiert bis zum Gini mehr. Gibt's nicht auch den Schönen, oder was? Ah, was ist das für eine hier, ganz ehrlich? Cherish it. Oh! Cha-cha. Hier ist rot, oder was? Für mich ist es immer grün. Ey, Peter Jackson ist am Starten, okay. Wer so gut aussieht wie ich. Hey, Baby, du bist doch bestimmt der wahre Grund für die Klimaerwärmung. Okay. Was mit den Losern hier? Nein, ihr Gymnasiasten? Alles klar bei euch? Alter, jetzt beruck dich mal ein bisschen hier, verdammt nochmal, ey! Du musst den Koks nicht auf eine Öffentlichkeit nehmen, Alter! Ich glaube, wir riechen auf die Fresse hier, oder? Ganz ehrlich, wir sind hardcore krasse Typen, Alter! Mal, dass du dann wegkommst! Was trägst du denn für ein Geschirrspieltuch? Ganz ehrlich, guck dir doch mal an, ey! Wenn Blicke töten könnten, wäre Serienkiller, ey! Ich sag's dir! Nice! Egal, Digga, ich sag's dir, egal! Nur dein Arsch steht hinter dir! So, los, 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 Leute! Es wird langsam hell, wir müssen noch ein bisschen zu unserem Spot, ein bisschen Extremsport machen, Alter! Nice, dann sind wir richtig weit vorne! Ja, dann sind wir richtig weit vorne, ey! Ich sag's dir, guck mal hier, guck mal hier! Wir haben es bestimmt für einen, Alter! Ah, okay! Hast du probiert, hast du mich angeguckt, oder? Hast du meine Gang angeguckt, ey? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Fidel Jackson, Alter! Boah, dass du wegkommst hier, ey! Hey, Baby! Willst du mal ein Bizeps fühlen? Boah, dass du wegkommst, Alter! Hier, Fab, ganz ehrlich, mit der hier bist du richtig weit vorne, ey! Ich sag's dir hier, mit der hier bist du richtig weit vorne, ey! Oh, Mann! Hat nicht viel ausgehalten, was? Oh, ja, ganz ehrlich! Ey, Sweetie, was los mit dir? Gibt's hier auch ein Schöne, oder was denn? Mal, dass du wegkommst! Okay! Dann lass uns losfahren! Machen wir noch ein Foto für Instagram, oder was? Ja, gleich, Alter! Ganz ehrlich, ich hab noch einen kleinen Geheimtipp! Für Snapmatic! Für Snapmatic, Alter! Wir sind doch Snapmatic-Boys! Wir haben noch einen kleinen Geheimtipp für unsere Extreme-Sport-Section! Wir würden noch ein kleines Video für unseren Daily-Vlog drehen, weißt du? Für unsere Follow-me-Round, Alter! Ich zeig dir nochmal ganz kurz! Schön mich abknüpfen! Erstmal ganz wichtig, Leben am Limit, Leute! No risk, no fun! Hashtag, wann mir läuft's! Läuft's! So! Schön in die Galerie packen, und dann geht das ab! Genießt die Fahrt, Leute! Hier ein bisschen durch die High Society of Life, man! So! Erstmal meine super gepimpte Karre neben mir! Peter Jackson hat nämlich letztens so einen kleinen geheimen Spot gefunden! Das ist ja mal so mein Künstlernamen in der Szene, weißt du? Peter Jackson so! Das ist ja mein Pseudonym! Und ich zeig euch jetzt mal, was ich da so gefunden habe! Es war ganz nice eigentlich! So, seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Oh! Ja, ich muss noch dazu kommen! Okay, wir warten kurz! Natürlich! Wir warten ganz kurz, ey! Wir warten kurz, alles! Ich muss den Girls erstmal meine Karre zeigen hier! Ja, ganz ehrlich, der gerade mit vollen Hosen ist leicht stinken, ne? So, auf geht's, ey! Wo bist denn du? Zeig mal die Kamera jetzt, Alter! Oh, du hast einen fetten Grind gemacht! Guck mal, bei ihm läuft der schon! Oh, der ist wirklich geraged! Alter, jetzt komm mal ein bisschen runter hier! So, mach mal Platz hier! Jetzt komm mal runter hier! Mach, dass du wegkommst, Alter! Mach, dass du wegkommst, Alter! Jetzt mach mal gut hier! Mach, dass du wegkommst! Scheiße! Echt, ey! So, no risk, no fun, Leute! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Fett, wo bist denn du? Ja, ich komm ja schon! Ich komm ja schon! Der Jackson wartet und muss ein bisschen sein! Daily Frog drehen jetzt hier! Ich hab los, boys! Ich hab los, los, los! Mach mal Platz, Oma! Kann man ja nicht angehen! So! Was ist los hier? Ja, weiter! Ich hab nur auf euch gewartet, ey! Ich zeig euch jetzt nämlich, was wir geiles machen hier für unseren Mega-Ding heute! Wir hauen ja wöchentlich unsere krassen Videos raus, ey! Auf unserem Channel! Und da wir ja hier so die krassesten Boys in Town sind, was hier so Extreme Sports angeht, ey! Ich zeig euch mal kurz meinen Secret Spot, den ich hier gespottet hab! Achtung! Scharfe Kurve! Ja! Meine Karre hat leider nicht so die Mega-Traction, deswegen kein Ding, Alter! Kein Ding! Brussi ruft an! Warte mal, kurz mal Brussi! Ja, ganz ehrlich, Brussi ist immer mit seinen Drogenwatersminein, Alter! Er kann mir nix aus seiner Anabolika hand drehen! So, pass auf, seid ihr soweit, seid ihr soweit, seid ihr soweit? Ja, ich überleg, ob ich mal seinen Bullen-Heil-Testosteron ausprobieren sollte! Ja, kann man machen, kann man machen! Pass auf, ich sag euch eins, ich sag euch eins, Leute! Ich sag euch eins! Vielleicht ist man damit richtig weit vorne dann! Ganz ehrlich, Fab, wir sind vorne! Ja, das sowieso, ey! So, das war ein bisschen zu schnell! So, was ist das denn hier? No risk, no fun! Dirty bitch! So, pass auf! Wir müssen jetzt erstmal hier so ein bisschen die Straße rum, und dann kommen wir gleich zu unserem Secret Spot! Und ich sag dir eins, ey! Es ist ziemlich fett! Aber er ist auch ein bisschen auf Krawall gebürstig, das gefällt mir nicht! Ja, dann mach das dann weg, kommst! So! Ähm, auch Leute! Oh, Leute! Ich muss mal ganz kurz eine kleine Versicherung hier anbringen! So, danke! So! Nur ne Versicherung! Hups! So! Ähm, okay! Wir sind gleich da! Wir sind gleich da! Bad Masters Blast Jack! Okay, pass auf! Also es läuft folgendermaßen! Erstmal fährt man, ich zeig das mal ganz kurz, ja! Ich zeig das mal ganz kurz! Bist du bereit, einer? Nochmal! Okay, pass auf! Ich zeig das mal kurz! Ich demonstriere! Schon mein ganzes Leben bereit! Man nimmt Anlauf und dann fährt man, ja! Für unser Video fahren wir hier volle Power so hoch! Aber so richtig, ne? So richtig Vollgas halt so! Ja, dann fährt man hier so ein bisschen rechts hoch und versucht hier vorne die Kante zu nehmen! Und hier gibt's halt Vollstoff! Und versucht dann halt so da rüber zu jumpen! Und der Kick besteht ja darin, da oben raus zu springen! Über den Bäumen den Fallschirm zu zünden! Und so ungefähr wie du das gerade gemacht hast! Nur, dass du halt rausspringst oben und den Fallschirm dann sozusagen anmachst! Und halt halt zu Boden kommst! Das wird unser fettes krasses Video, Alter! Alter, hast du grad den fetten Stunt hier abgef- Alter! Ich werd' ich sagen, Digga, mein Arsch gehört in die Hose, okay? Normal! Alles klar! Ist das ein Deal oder ist das ein Deal? Kriegen wir's hin? Deal! Kriegen wir hin? Ich muss erst mal zum Stehen kommen! In meiner Karre! Okay, dann nehm ich jetzt mal fett Anlauf, Alter! Ich will, dass du gleich dabei bist, ey! Ich will dich dabei haben! Ich guck mir das von unten an! Wie soll ich hinter dir fahren? Du kommst mit, Alter! Du liebst einen hier, ey! Fast interviewer ist, Digga! No risk, no fun! Dirty bitch ass! Hashtags Love Bonds! Hashtags Love Bonds! Mach noch mal einen kleinen Tweet raus und noch noch ein kleines Foto über Snapmatic, dass es gleich losgeht, die Action! Normal! Normal! Die Fans wollen das so! Das ist die Prep-Phase hier, die Preparation-Phase! Zack! Kurz kleines Foto machen hier! Zack! So, damit auch alle Bescheid wissen, dass meine Jungs dabei sind! Mal schnell gucken! Snapmatic! So, Mutti! Hier ist jetzt nichts mehr mit weiterfahren! Mach mal Platz da! So, wie können wir denn jetzt hier weiter wegfahren? Verlassen! Normal-Modus! Ah, guck mal hier, Digga! Fetten Move, Alter! Mal los! Knell-Aktion! Alles klar, Digga! Hier sind meine Boys! So, warte mal! Äh, da! Okay! 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 Ke-ching! Okay! Gepostet, Alter! Läuft! So, innen! So, schön sauber! Rein manövriert! Save it! Okay, rein hier! So, die Extremsportler sind natürlich jetzt am Start, Alter! Reifen durchdrehen lassen! Das ist nochmal elementar wichtig! Weißt du, der Scheiß auf die Tür, ey! Ich hupe dreimal! Beim dritten Mal fahren wir los! Also nicht auf drei, sondern auf eins, zwei, drei und dann los! Bereit? Jo! Ich telefone nochmal kurz! Okay, ist da! Eins! Zwei! Zwei! Wir haben es besprochen! Wir haben es besprochen! Ja? Nicht vergessen, was der Plan ist! Rausspringen! Ja! Falsche anziehen! Ja, nicht so wie er da vorne! Das muss man halt können, ne? Nicht einen Schwanz einziehen und so! Muss man halt können! Fährst du in die falsche Richtung? Ja, fällt mir auf! Egal! Ich hab noch ne anderes Geheimnis! Ich zieh das jetzt durch hier! Yeah! Oh Gott! Scheiße, ich hatte keinen Fallschirm dabei! Egal! Ich bin so durchtrainiert! Ich kann das auch ohne Fallschirm! Wo ist denn jetzt meine Karre? Ganz ehrlich! Sehr egal! Das brauche ich nicht! Ich fallschirm aber nicht! Not wenn ich brauche ich nicht! Ich brauche ich nicht! Okay! Kurz mal hier einen Sprint hinlegen! Wie so ein Tiger! Dann müssen wir jetzt mal als krasse Sportfanatiker, weil wir so geil sind, Alter! Ganz ehrlich! Ähm! Mal ein kleines spontanes Race machen! Ich glaube ich versuche nochmal kurz ne Karre hier anladen zu bringen! Moment! Mechanic! 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 Ich glaube ich bin zu nah an meinem persönlichen Fahrzeug! Das ist ein kleines Problem auf Live! Na? So! Ich hätte ganz gerne Sanchez! Ich bin zu nah an meinem persönlichen Fahrzeug! Bei der Cover wird Colt Seed was neidisch! Ich bin zu nah an meinem persönlichen Fahrzeug! So! Jetzt kommt's! Okay! So jetzt schön hier Offroad Action! Ja komm her! Dann machen wir jetzt mal ein kleines spontanes Rollsmeyer! Und dann haben wir unsere heutige Folge von unserem Channel abgedreht! Juhu! Oh, also johu! Fabilian Action! Halte Peter Jackson! PiitippitiPETE! Peter 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 pick Oh, hallo Fab! Hey Leute! Moment! Was ist denn dein Künstlernamen? Ich vergesse das immer wieder! Oh, ich muss hier hoch! Ich muss hier heupw! Äh, Oh Gott! Action Jackson! P theaters marriages!. ımızgerät! Die Jaxx&Broser. Party! layer?! Und Action Jackson! Es ist messend allein schönais職! Was will der denn ständig? Ich kann mir mal gestohlen bleiben, Alter. So. Mal kurz meine Karre bringen lassen, Alter. Kohle, mega viel verdienen hier. Die ganzen Sponsoren, Red Bull und so alle an Bord. Was ist los? Normal. Normal, der Garten, normal. So, ich bin soweit. Kommst du hier irgendwie in die Richtung, oder was? Ah, hast du deinen Mofa, der hier bestellt? Na klar, Alter. Normal. So. Mach das, dass du wegkommst, Alter. Ja, die Jungs können, die Boys können bei mir mit einsteigen. Weg. So. Okay, spontanes Race. Wie ging das jetzt gleich noch? Spontanes Race. Du kennst dich doch meistens noch aus. Action Jackson. Äh, warte mal. Spontanes Race. Komm mal hier neben mich. Du musst, glaube ich, neben mich kommen. Dann müssen wir die Reifen so durchdrehen lassen. Irgendwie so war das, glaube ich. Mal eben kurz. Spontanes Rennen. Ich bin hier. Ja, komm her. Also, mach. Ja, genau, mach. Äh, Wegpunkt auf... Wo wollen wir denn hin? Ja, machst du hier einen Wegpunkt und dann irgendwo in der City. Irgendwo in der Mitte der City. Immunation. Von mir aus. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich muss los jetzt, Alter. Ich bin so... Alle Spieler sind eingeladen in reine Reichweite. Okay, wie könntest du das annehmen? Da. Nice. So, ich kann das jederzeit starten. Okay, dann hau rein, Alter. Nee, warte, warte, warte. Ich muss ganz kurz den Typen hier noch loswerden. Weg. Weg. Sgt. Max hat das spontane Rennen verlassen. Ja, warte, ich komme gleich wieder rein. Oder lad mich noch mal ein. So, endlich geht die Sonne auf. So, okay, kann losgehen. Oh, geht los, geht los, geht los, geht los, geht los. Alles klar, Mann. Mach, dass du wegkommst, ne? Hau rein. Pass mal auf. Ja, ne, was denkst du eigentlich, ich bin die Böse, Alter. Ich bin hier Adonalin geladen, Testosgeron geladen, Alter. Die Bruce, ich hab mir so viel Scheiße reingehauen, Alter. Das geht gar nicht klar, hier. Oh Gott. Was ist das denn hier? Ja, Alter. Wihuuu. Action, Jackson, Peter Jackson. Umdrehen und dann. Na klar, Alter. Okay, okay, wow. Okay, wow. Das war vielleicht nicht so. Mein Beifahrer sagt dazu verkackt, ey. Der hat doch keine Ahnung, soll er doch mal fahren, ey. Ja, ganz ehrlich, das holt er nicht, Leute. Ich hab ja gerade die Mega-Action. Ja, er muss erst mal so einen Bizeps kriegen, wie ich. Und dann kann er von sich behaupten, dass er vorne ist. Normal, Digga. Normal, Digga. So, erst mal hier runterheizen. Hier runterheizen und dann geht das ab. Oh Gott. Oh Gott. Können wir alle Platz machen hier. Okay, alles klar. Oh oh. Das könnte jetzt ein kleines Problem werden. Das könnte in der Tat jetzt ein kleines Problem werden. Schön gerettet hier, die Karre. Okay, 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 okay. Gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff. Ah, alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Ich kann nix killen, Digga. Ich kann nix killen, weißt du? So, wir sehen dich. Jetzt wird auch noch geschossen hier, alles klar. Oh Gott, ich will nix sagen, ne? Oh Gott. Ich hab's gesehen. Oh, wo kommt die denn her? Diese Lastwagen-VCs. Lastwagons, Alter. Sollen wir hier den Müll nach Hause transportieren und nicht hier im Weg rumfahren? Da muss ein Nest sein, irgendwo. Ja, da muss ein Nest sein. Die müssen geboren werden in irgendeiner Umgebung. Die werden gebrütet, alle gezüchtet. So, dann ganz ehrlich, gegen so'n Torsten aus der Runde vollgeballert im Film kommt's nicht an, Alter. Was willst du eigentlich? Niemals, Digga, niemals. So, gleich mal gucken. Ich hoffe, da wartet ein Obststand am Ende. Das wär natürlich ein Mega-Band, oder? Das wär richtig geil. Dann müssen wir so Markenzeichen auch sagen, weißt du? Dann wär das Rennen wär richtig weit vorne, oder? The race, the race. Okay, ich will ja nichts sagen, aber ich hab das Ding ein bisschen gerockt jetzt hier auch so, ne? Ah, Mann. I'm so sorry for that, Alter. So, wollen wir kurz gucken? Egal, das lag nur an dem Motorschaden. Na klar, so kann man das sehen, Alter. Das sehen wir doch gerade an. Aber das sehen wir dann so auf eine fette Party eingeladen. Na, dann sollen wir uns langsam mal auf den Weg machen. Derbe. Naja, auf jeden Fall. Richtig derbe, Alter. Richtig derbe. Bam. Alles klar, ich mach mal auf den Weg auf die Party, ne? Bis später, dann, Boys. Nice. Kurz Kopfschmerzen gehabt.